Sängerin Grimes erhebt schwere Vorwürfe gegen Elon Musk, das steckt dahinter Kalifornien, USA, die Sängerin Grimes, 36, erhebt erneut Vorwürfe gegen den Tech-Mogul Elon Musk, 53 Musk, insgesamt elf Kinder, und die 36-Jährige führten von 2018 bis 2021 eine On-Off-Beziehung Im Mai 2020 kam das Söhnchen XAIA12 zur Welt, im Dezember 2021 folgte Töchterchen Exa Dirk Siderail Unbekannt ist der Geburtstag des dritten Kindes, Technomechanicus Nach der Trennung soll Musk seiner Ex den Kontakt zu den gemeinsamen Kindern verwehrt haben, deshalb hatte Grimes im Oktober 2023 einen Antrag zur Herstellung einer elterlichen Beziehung vor Gericht eingereicht Mittlerweile weiß sie, er ist nicht mehr derselbe Der Mann, in den ich mich verliebte, existiert nicht mehr Laut eigener Aussage habe die Sängerin in einem Bundesstaat, welcher schlechte Rechte für Mütter habe, für das Sorgerecht ihrer Kinder gekämpft So wurden ihre Instagram-Posts und ihre Modelltätigkeit als Gründe aufgeführt, weshalb sie nicht das Sorgerecht bekommen sollte Grimes hatte rechtliche Schritte gegen Ex-Elon Musk eingeleitet Seit 2023 sind die beiden in einen Sorgerechtstreit verwickelt Die 36-Jährige äußerte sich kürzlich über die Herausforderungen des Mama-Seins und ihre anhaltenden Streitigkeiten mit Ex-Partner Elon Musk Auf der Plattform X schrieb die Musikerin, My Name is Dark, die mit bürgerlichen Namen Claire Elise Bucher heißt, Babys zerreißen dich und setzen dich wieder zusammen In dem ausführlichen Statement erinnerte sie sich an die prägenden Zeiten mit ihren Kids, XAIA 12, 4, Ex-A-Dark Siderail, 3 und Technomechanicus, 2 Grimes beklagte allerdings auch, dass sie eines der Kinder fünf Monate nicht sehen dürfte Und das sei eines der wenigen Dinge, die sie öffentlich sagen dürfe Der Großteil ihrer Erfahrungen aus dem letzten Jahr werde unter Verschluss bleiben